Ha! Da hat ein Cheater 45.555 Punkte! Das ist ein Cheater! cheater cheater jetzt mittags gegen zwei ist es jetzt 20 april 2014 ostersonntag cheater das ist aber interessant mal wieder gegen cheater anklicken ja blitz bomben blitz blitzwolke muss sein und sie hat noch ein trocken fahrer da vorne schön über abkürzen hier blitz power block das ist noch okay blitz und power block was hat das wieder der cheater und power block den krieger wieder zum power block und da hinten da ist der cheater jetzt und da schießt kein starris los der drei rote blitz da ist der cheater 4 dr ss uh das hat zur seite gestoßen und hat selber google willi gezündet noch ein power block gold ist am ende gold ist action und siebter minus 175 und der cheater kriegt 35.556 punkte abgezogen aber so wie viele cheater action war da nicht dabei äh 4 dr stern ss g3 ist der cheater und das andere sind normale fahrer mein liebiges kurs ist die pilz schlucht deswegen will ich sie meistens auch kokos promenade blüheiße wüste und marius piste 3 von super nintendo es kommt blüheiße wüste von merce und da sieht man dass er auch voller action hier und jetzt hat er auch stachy packer geschickt tiki leo hat plötzlich dritter wie er sich dann da vorne cheatet und plötzlich zweiter dritter arti kürzen ab ich dachte dass er der cheater hier wie macht er nicht die action der cheetah wenn du dich nicht gerne der jürgen aus der panik in die fakebox gefahren das land mit da Cheetah wurde Disconnected 2 Bomben miteinander Dritter Es sind nur 4 auf der Karte Wird Cheater wieder 35.000 Punkte abgezogen Cheater Es ist garantiert wieder ein Cheater dabei Ein Cheater-Rennen Aua, was Neues Super Peach Er schießt bestimmt mit Stangen Wangen Er hat mich schon zu Beginn Da ist Daisy abgeknallt Maxi Maxi fehlt Bam Kaum nicht voran Aber nicht wegen dem Cheater Blitz Stachipanzer Noch einer Zwei Stachipanzer Selber wieder ein bisschen Powerblock Oh, den Fake-Item gedodged Fake-Item-Box gedodged Fake-Item-Box gedodged dadurch Ich kriege Pilze Ja, ich kriege Pilze Wenn ich mal versuchen die Abkürzung zu machen Aber wo will ich mal die Abkürzung sagen Ah, fast Hä 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 Danke, Gung. Aber mir stört der Cheater jetzt hier auf dem letzten Platz nicht. Ich hab' einen Blitz gekriegt. Dafür will ich nicht... Ah! Kankigung stößt nicht zur Seite. Wie so'n Funky-Fahrer. Ah, kann die Abkürzung nicht nehmen. Siebter. 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 Und ich krieg' nur 13 abgezogen. Aber dem ersten Render war der Cheater nie wirklich von mir in Action geraten. Sie war nicht ständig auf Platz 1, um den Starry-Panzer abzukriegen. Sie war immer so hinten auf 10. Platz mit Sternen und so alles gute Eitems gekriegt. Und der hat auch nicht viele Blitze gezündet. Der Cheater ist noch da. Wie geht's denn jetzt so weiter? GWA Bauhausers Festung 3. Geisterteilen, Pilzschlucht, Luigi's Piste. Regenwurmvolle war. Ich glaub' Toad und Kameknaller ist ja auch gut auf... ...Auf GWA Shirei Strand. Also ich habe sie selber gewählt, hm? Ich bin mal gespannt, wie der Cheetah jetzt reagiert. Ohohoho! Ist der Countdown! Ohohohoho! Starrywanza an! So einen ähnlichen Cheetah habe ich vor ein paar Tagen auch schon gehabt. Ich nehme nur diesen Weg hier. Fahr gegen den Krebs. Bitte Item geben! Oh, wieder so viele Stachelpanzer! Stachelpanzer Action! Drei Pilze! Dann müssen wir abkürzen! Wangen dritter! Und am besten nicht auf eins gehen, weil... Stachelpanzer! Was kriege ich? Roter Panzer! Woah! Blitz! Roter Panzer! Stachelpanzer ist er eingeschlagen! Woah! Woah! Alles so eng hier! Bam! Das war nicht der Cheetah! Das war niemand, der wird... Jetzt kriege ich wieder mit Pilz! Gebe ja Schei einstehrend! Boah! Mach mir schon wieder jemand platt! Blitz! Aber ich kriege hier nicht wirklich viel Cheetah Action da hinten mit! Müsste auf Platz 1 oder so 2 oder so sein! Dritter! 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 Die Aufnahmen müssten jetzt ein bisschen besser sein, da ich die jetzt mit einem Stativ aufnehme! Dritter! Und der Cheetah! Dritter! Er kriegt wieder 256% abgezogen! Dritter! 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 Am 11. April! Dritter! ja auch schon mal wieder video auf youtube ist jetzt der cheater weg und cheater cheater ha 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 cheater woher ja 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 er hat jetzt geht es nicht für m ihm ist ein japaner als da zahlrein japanischen wie die lebt geht es nur für große blitz mit und hat sich hier vorbei er schützt aber doch mal wieder die Alarm zweiter Mai ab abends noch mal 2 mai 2014 der lakten blitz rum man kennt das denn wir haben blitz rumliegen kann eine wolke diese dädie dann weiß ich wie die es kann hier die blitzwolke gerne abgeben das ist ein starker los wie eine hinten wo die eine dädie sie ja das der komische japaner da aber noch was wo ist jetzt wieder zu nehmen wenn ich nicht aufgenommen hat 9999 punkte also leicht verdächtig aber blitzen aber bloß blitzen ich habe ja unnormal viele blitze und darf ich fand da blitze lange rum lange blitze rum geht ja normalerweise noch gar nicht ein pilz auf Platz 5, das ist ja nichts Poxikon Ache Glowstance Oh, was ist das denn? Der Sieger vor 30 Sekunden über die Ziellinie gefahren, das ist Cheetah Da sieht man, der Cheetah hat 0, stagniert bei 0, bei 9999 Punkten Das ist ja eine ganz normale Punktzahl, 9999 Vielleicht geht der auch mal voller Cheetah Vielleicht Oh, 59.700 auf einmal Punkte auf einmal hat er fast versechsfacht Fast versechsfacht die Punkte 9999 plötzlich auf 59.700 hochgesprungen So, das ist mein neuer Rekord sozusagen gegen höchstpunktzahlige Gegner Mein bisheriger Rekord war 45.555 Jetzt einfach mal 59.700, also noch viel mehr Diese VR-Hacks, die finde ich eigentlich gut, das ist ja so viele Punkte Aber ich hatte noch keinen Cheetah, der Ja, ich hatte noch keinen Cheetah, der mal einen Punkt hatte Einen Punkt Das sind natürlich die blöderen Cheetah sozusagen Weil die einen Punkte abziehen lassen wollen Litz Bum Werdes Countdown Bam Voll Cheetah rennen hier Voll Cheetah hier Boah Boah Der knallt da ja 10.000 Bum, 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 bum Die Cheetah da Ist aber heftig, der Cheetah Da bringt einen Maxi-Fahrer Maxem-Pilz was auf der Zwiebeln ist nicht selten ist man kann auch platzieren maximal das ist kein Cheetah der Yoshi da wird ja gesprengt 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 sind ja immer noch auf der Ziellinie immer noch immer noch auf der Ziellinie der Yoshi aber jetzt kommen die endlich mal los den Yoshi wurde ganze Zeit gesprengt also der will richtig lange geärgert bis 45 Sekunden selber besser fahren hier weil jede Bananen rein rote Panzer über ein schon lange dauern die Blitzwäufe die Stachelnpanzer das ist egal Cheetah geht vorbei noch eine Kugel bedienen direkt zu Beginn das ist immer das extremste bei Cheetah rennen das direktes Countdown Bombe 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 aber dann nach einer Runde normalisiert sich das normalerweise wenn man dann weg genug dort wurde dort wurde sei ein Niederländer so so Boah! Ash! Aber Cheetah kann man Punkte verdanken! Maxi! Butter Panzer passiert mir einfach! Blitzen! Wenn auch was Maxi Pilze blitzt! Ohne Bombe ablegen! Und da hab ich den voll getroffen, aber... Ich war ja nicht der Cheetah! Dann hängt er mit Maxi an! Ah, der Sieger ist vor 30 Sekunden! Und... 49.700 Punkte abgezogen! Und wie viele Punkte hat er jetzt? Oder geht der überhaupt raus? Man weiß nie! Hat er wieder 9.999 oder hat er wieder so 57.000 Punkte? Ich bin gespannt darauf! 19 Punkte! Das ist ein Negativ-Rekord! Die Punkte, die schwanken bei denen ja sehr heftig! Ich schwanken bei denen ja sehr heftig! Die hatte ja eben 59.700, jetzt hat er plötzlich nur noch 19 Punkte! Also richtig... ...ein hundertstel... ...tausendstel... ...ein fünfhundertstel hat er ja gemacht! Jetzt aber einmal... ...ein hundertstel vom Ebenenwert ...ein Wert von 9.900, als er gekriegt hat! Oder sogar dreitausendstel von... ...kommt er noch dran! Varios Goldmine! Oder ist der Cheetah disconnected worden? Hm... ...weiß ich jetzt grad nicht! Es war noch eben 6, aber er ist jetzt nicht 5! Cheetah ist auch da! Ha! Cheetah ist auch da! Ha! Ha! Kommt nicht voran! Ich geh mal nach hinten, ne! Ich hol mir da mal die letzten Items hier! Ich hol mir mal hier Items! Hier sind Items! Ah, bringt doch gar nichts hier! Warum werde ich nicht hier dritter? Ich hab doch niemanden überholt! Was macht der Cheetah? Ich hab mich grad überholt! Einfach ganz normal! Ich bin einfach ganz so dahinten! Was ist hier denn alles los? Ich bin ja alles so verstreut! Hier sind wir auch da hinten gefahren! Da ist dieser Bob-Omster! Dieser Bob-Omster! Am Anfang! Da ist dieser Bob-Omster! Ah! Wie klappt das jetzt? Oh! Prinzess! Prinzess! Auch schon einer Prinzessin! Oder Prinz! Was ist denn da los? 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 Wie? Wie? Das ist das? Was? Was? Wie? Das ist der Bob-Omster-Stat? Shotutt-Stat? Das ist das? 1700 hätte der fährt einfach so vorbei wenn er 59.700 punkte hätte dann wäre es auch so ausgegangen da hätte ich Pluspunkte gekriegt aber weil ich da er nur 19 hatte habe ich Minuspunkte gekriegt das war auch ein rennt da wieder so mit Bob Oms vollgehauen zu werden und noch mehr Punkte der macht der noch spannender hier 64.111 Punkte was er eigentlich für krumme Zahlen da hat aber krumme Zahlen 64.111 aber es ist finde ich eigentlich spannend auch mal gegen Cheetah wieder zu spielen Geisterteils eine kurze Strecke ist wahrscheinlich schnell vorbei das hat glaube ich zwei Minuten höchstens weil normal 1 Minute 10 Cheetah glaube ich fast das Doppelte der Yoshi da vorne das hätte ich wahrscheinlich wohl nach hinten ziehen müssen oh jetzt kommt es erst ach danke wo ich so schnell ja so plötzlich zu schnell fühle ich erstens noch zwei sind ja nur noch zwei auf der Strecke jetzt sind ja nur noch zwei auf der Strecke jetzt wird anscheinend disconnected jetzt sind ja nur noch zwei auf der Strecke jetzt wird anscheinend disconnected Scheife Molke Hier wurde gekickt Boah heftig Punkt abgezogen wird heftig Punkt abgezogen gekriegt Machita ist auch gegangen also wird gekickt von Nintendo wahrscheinlich ich habe gemerkt dass jemand cheater und wurde gekickt weil jetzt ist der nämlich auch nicht mehr da nehmen auf und was passiert blitz stachypanzer bombe cheater alles was cheater sagen es ist wieder ein cheater dabei ich hatte heute schon mal ein cheater stachypanzer cheater 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 noch ein stachypanzer wer ist denn jetzt die bitte schon der cheater das kann ich wieder hier ist diese mit platz blitzen blitzen war cheater cheater alarm dieser nippo da der cheater da nippo wo wo was macht er da meine wolke ist weg fdr stars feiern ja die ganzen bananen hier rein die hier gelegt wurden liegen ja 10.000 bananen rum stachypanzer war kugel willi ein stern hey ein stern von hinten hammer japaner und schon wieder das war knapp nippo auf 1 der cheater ist auf 1 so versuche ich die abkürzung ach klappt nicht ganz da liegt ein pilz rum das ding gehe wieder hoch du blödes Ding goldpilz stern stachypanzer vorne so viele stachypanzer so viele stachypanzer Blitz Boah, hier ist viel los Oh Gott, der Cheetah Bam, der hat noch nicht wieder rannt Und solche Bomben Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Das ist aber ein Cheetah Solche Kategorie-Cheetah hatte ich eben auch schon mal gehabt GBA-Bowserfest in 3 Ramm mich bitte nicht weg hier Stachy-Panzer Blitz Wo da liegen Goldpilzen Ah, geht mir was guter, ich kriege nur einen Pilz Bam, ich werde wieder gerammt von jemandem Boah, Kanone Blitz Was hab ich dann aufgesammelt Der Cheetah kriegt 22.670 Punkte abgezogen Und die anderen kriegen alle Plus 55 Punkte Plus Und geht der Cheetah jetzt weg Oder bleibt der? Ja Hm, der Cheetah ist immer noch da Oh, was wählen die denn nun hier? Aha So viele Fragezeichen, ne? Bei Vulkangrollen würde ich dann auch Würde ich in die Glitch versuchen Und da vielleicht erster zu werden Einfach mal Vulkangrollen glitch Was kommt denn mal für eine Strecke dran? Vulkangrollen Durch Zufall Da werde ich den Glitch probieren Blitz Zwei Bomben Da werde ich den Glitch Blitz Blitz Ich meine Cheetah rennmal hier rein versuchen Oh, jetzt ist der Cheetah natürlich hier auch noch Stachy-Panzer 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 so viel irregulär ist sie nicht wie ich erwartet habe Mike ich glaube das jetzt endlich mal immerhin so ein bisschen vielleicht kann ich noch dritter hoffentlich werde ich noch dritter hier wow, Kanone oh oh oh, der Luigi, der cheatet da und unnormal viele Bomben das war halt gecheatet, der Luigi da der Luigi da auf eins hat gecheatet das ist so ein Cheater, der nicht viel macht aber for the win macht der cheater for the win weil er erster geworden ist und daran können wir das erkennen der hat 9590 Punkte gehabt jetzt hat er so ein paar Punkte dazu gekriegt und die 30 jetzt hat er 9621 der hat so eine Krone roter Ballon, blauer Ballon HL Karu Münze und so ein Pokal ich will einfach Mutter Luichis Piste und guck mal was jetzt passiert Waluigi Arena kommt dran Boah 28, 29 Grad draußen wenn das Countdowns passiert nix oh, was ist das? Donkey Kong ist auf einmal zu vorne was ist da denn passiert das ist ein cheater da vorne aber der macht nicht viel er macht nur recht wenig fast als er jetzt noch mal die rennen hier was geht dann maxi pelz der donkey kong vielleicht ist das auch ein cheater fakeboxen hinschmeißen das klingt aber wie ein stern hier leider kein item bombe da kam mit wenn auch noch eine bombe 6 bomben hier sind aber unnormal viele bomben platz wie viel maxi pilze ist ja wahnsinn hier aber einmal hat ja mal plötzlich auch mal so weit manipuliert gekriegt und hatte ich dann plötzlich egal auf welchem platz ich lange egal ob ich erste oder sechster war 26 spieler ich habe immer ein pilz erhalten da ich mal auf 1 mal ein pilz erhalten habe konnte ich da deutschen letzten glitz gemacht konnte ich auf platz 1 einfach deutschen das war eigentlich von daher profitiert von den schüchern hier dass er mir immer pilze gegeben hat und letztendlich von den anderen eigentlich die alten mann manipuliert bombe da kommen die ganzen bomben dann alle her goldfils ah geht noch nicht weg hier jetzt geht es jetzt wird bitte noch zweiter da oh bombe achtung cheater war das das war das cheaten ja er hat plötzlich gecheatet der bieter stehen und hat plötzlich cheats stern auf einem aktiviert er war erster das ist ein cheater jetzt muss ich nicht nur in einen punkt da habe ich dann 7777 punkte aber so spektakulär wie die anderen cheater ist er nicht er ist ja auch keine vr cheats drin oder nv k gleich wegen 20 mai cheater immer noch dabei übrigens was will ich denn diesmal nehme ich aber immer Zufall wählen aber auch 5 insgesamt 3 wählen Geistertal, Staubtronen Ruin oder Toads Fabrik es kommt Toads Fabrik dran Toads Fabrik Machita ist dieser Luigi da vorne Wo hat er die Pilze denn her? Das ist ja jetzt die Frage und das Mino Panzer war nicht irregulär Oh jetzt hat er einen Stern geholt Bomben Jetzt merkt man es ein bisschen mehr mit Cheater Jetzt wird er ein bisschen aktiver Jetzt wird der Cheater ein bisschen aktiver und runterfallen und runterfallen schon wieder runterfallen Und das war auch gut genommen Blitz Ah wir sind zu früh gezündet Ah wir sind zu früh gezündet Das ist aber auch lustig Was ist denn der Cheater Was ist denn denn mit Luigi unterwegs? Aber es ist jetzt kein Luigi mehr da Anscheinend ist er gekickt worden Wollen wir diesen Rennen nochmal zu Ende hau block wow und vorbei anscheinend wo der cheater get kicked weil jetzt kein luigi mehr dabei ist und der cheater ist letzter geworden und kriegt 222 abgezogen